Einen schönen guten Abend, ihr widerspänftigen, aber liebenswerten Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ihr unermüdlich die Treue zu unserem inzwischen missgestalteten Kopfbahnhof haltet. Ein herzliches Willkommen zur heutigen Nuffenmäher 199. Montagsdemo nach dem Motto Ihr macht alles kaputt und nicht. Mein Name ist Jürgen Hofer und ich komme aus Kärnen vom Verein Kärnen 21. Und zuerst mal eine Frage, habt ihr das Musikstück so in der Gant? Es war der KKW-Rap von Walter Rossmann für den ersten Erörterungstermin im Juli 1974, den vor einer Woche Ewe Kölke aus dem Bremstal schön verfremdet hatte. Aber nun steht schon wieder eine Jubiläumsdemo an, und zwar die 200. Montagsdemo. In einer Woche, nicht nur, dass wir diese Zahl an Montagsdemos erreichen, ist bemerkenswert, sondern unbedingt möchte ich diesmal auch auf unsere nicht mehr wegzudenkende Institution, die im Mahnwache hinweisen, sie ist ein Bürgerinformationszentrum für alle Bürger dieser Region und es sind tagtäglich 365 Tage im Jahr unermögliche Heinzelfrauen und Heinzelmänner im Einsatz, um rund um die Uhr den Bürgern Rede und Antwort zu stehen. Obwohl das sehr winterfest gemacht worden ist, spürt man schnell die klirrende Kälte, wenn man vor allem nachts einen stundenlangen Dienst macht. Ich meine, das ist doch wirklich einen von Herzen kommenden Sonderapplaus wert. Liebe Mahnwache da hinten, dieser Applaus zeigt euch. Aber jetzt noch, es gibt für die 200. Montagsdemo noch einige hundert Flyer, bitte nenn sie doch an den Infoständen, um in der Mahnwache mit im Verpeilziehen, kistenweise bitte. Um dann noch etwas zu den dritten und schritten Türken zu gehen, und das läuft, bitte denkt dran, die Listen, auch wenn nur zwei, drei, vier drauf unterschrieben haben, unbedingt zurückzubringen. Dankeschön auch fürs Sammeln. Bevor wir nun zu unserem ersten Redenweitrag kommen, muss ich in eigener Sache etwas mithalten. Derzeit läuft ja in Stuttgart, wie wir wissen, und nur in Stuttgart, die Unterschriftensammlung zum dritten und vierten Bürgerbegehren. Obwohl jede, aber auch wirklich jede Kommune aus den angrenzenden Landkreisen um Stuttgart gezwungen wurde, einen nicht unerhängigen Geldbeitrag für Stuttgart 21 zu leisten, und zwar jedes Jahr zu zahlen, könnten wir uns von den Landkreisen um Stuttgart herum nicht in dieses Bürgerbegehren einbringen. Darum hat sich das Bündnis von lokalen Gruppen des Renns-Mur-Kreises unter anderem aus Backlangen, Fellbach, Kernen, Schörndorf, Schweighalm, Weiblingen, Weltsein und Winnenden zur Aufgabe gemacht, der offiziellen Werbung für S21 Informationen und Argumente entgegenzusetzen. Letzte Woche haben wir einen zweiseitigen Brief an Funktionsträger im Renns-Mur-Kreis gesandt. Er ging an den Landrat, sämtliche Gemeinden, und zwar an die Ober- und Bürgermeisten des Renns-Mur-Kreises, an die Bundestagsabgeordneten des Renns-Mur-Kreises, Landtagsabgeordneten, Regionalräte und Kreisräte. Unser Sprecher Ernst Delle aus dem Bündnis von Schörndorf hat sich wirklich wahnsinnig Mühe gemacht. Beigeführt wurden die beiden Flyer zum Bürgerbegehren und der Sonderdruck implogiert, die Stuttgarter S-Bahn. Natürlich haben wir Fragen gestellt und um Stellungnahme gebeten mit dem Hinweis auf diesen zweiseitigen Brief. Diesen Brief sowie die Antworten werden wir der Presse mitteilen. Wir dürfen gespannt sein, wer alles antwortet. Nun aber zu unserem ersten Redebeitrag oder zwei Redebeiträgen. Auch in Münheim und in Breisag in Bahnen gibt es eine Montagsdemo, welche von Mitbürgern aus Bahnen und dem angrenzenden Elsass abgehalten wird. Es geht unter anderem um das AKW Vessenheim und die DB-Trasse Rheintalschiene. Diese Bürgerinitiative war heute um 14 Uhr in der Villa Reizenstein und um 16.30 Uhr hier vor dem EMB-Fürohr am Riesenburgbau und hat eine Kundengebung abgehalten. Nun begrüßtet herzlich die Mitbürger aus Melsass und aus Baden und vor allem die beiden Redner Gabi Schwenk und Hans-Peter Engler. Untertitelung des ZDF, 2020